In Wien geboren wurde Brunnamgebirge seine Heimat. Als Komponist pflegte er sämtliche Musikgattungen, doch Lieder, Chöre und Kammermusik überwogen. Zum 100. Geburtstag wurden nun im Festsaal im Brunnamgebirge Werke von Karl Etty aufgeführt. Wer war denn Karl Etty? Karl Etty ist in Wien geboren 1912, hat aber sein ganzes Herzblut hier in Niederösterreich gehabt. Er hat dann vom Jahr 1945 bis zu seinem Lebensende 1996 hier in Brunnamgebirge gewohnt und war mit Herz und Blut ein Niederösterreicher im Brunnam. Und er ist eigentlich sehr weltweit bekannt, nicht nur in Österreich. Er war Kapellmeister bei den Wiener Sängerknaben, bei dem Wiener Gesangsverein, dann bei der Staatsoper auch. Also er ist wirklich sehr vielseitig. Er ist Komponist, er ist Dirigent gewesen und er würde heuer am 26. Oktober seinen 100. Geburtstag feiern. Daher haben wir heute dieses Jubiläumskonzert im Brunnamgebirge. Ist das ein besonderer Tag für die Brunner und Brunnerinnen? Sollte er zumindest schon sein. Ich weiß nicht, wie viele ihn wirklich kennen. Also die sogenannten alten Brunnerinnen und Brunner kennen ihn sicher. Allein schon durch seine Erscheinung und alle Kunstinteressierten sowieso. Und die, die ihn noch nicht kennen, so eine gute Gelegenheit, diese Veranstaltung, dass sie ihn jetzt kennen, Jelena. Welche musikalischen Richtungen gibt es denn von ihm? Also heute wird es einerseits sehr ernste Lieder geben, wie zum Beispiel das Schachlied, das ganz interessante Harmonien hat. Er hat wirklich klassische Musik geschrieben, manchmal angelehnt an Mozart oder Wagner, aber viele wirkliche neue Kompositionen, neue Harmonien. Ich höre aber die ganze Zeit, dass es unglaublich schwierig ist, seine Lieder zu singen. Was sind die Schfähigkeiten? Ich kenne Professor Ette als Urbrunner. Er war ja auch ein Brunner, so wie ich auch, seit ich mich zurückerinnern kann. Und habe seine Kompositionen auch als Politiker, ich war Vizebürgermeister im Brunnen, immer mitverfolgt, wenn er aufgetreten ist, auch mit den Tonkünstlern und so weiter. Und habe immer gemerkt, dass seine Kompositionen eben sehr schwierig gesetzt sind, die Harmonien. Sie lösen sich zwar immer wieder auf, aber sie sind einfach schwierig zu singen. Und darum sind wir heute auch nur mit einer Abordnung von Männern da, die sich da ein bisschen leichter tun, weil der Gesamtchor mit 30 Leuten tut sich einfach schwer, diese Harmonien einzustudieren. Applaus